Sommerzeit ist Reisezeit, selbst in diesen besonderen Zeiten, du hast es gerade schon angedeutet, wir gehen jetzt auf eine digitale Transformation Journey, verbunden mit der Zusatzinformation, dass das Ganze sich in einer hybriden Welt abspielt. Wie eben schon gesagt, die Sprecher, ich darf sie Ihnen nochmal vorstellen, Markus Steil, er leitet bei der SHE Informationstechnologie AG den Bereich Professional Services Software Solutions. Hallo Markus, moin moin. Hallo, hallo zusammen, hallo Heinrich. Sein Kollege, Thorsten Ruf, ist Projektmanager und Teamleiter. Tag, Thorsten. Hallo Heinrich, hallo zusammen. Briefly switching to English because the person I'm now introducing is going to give his part of the talk in English. Marius Kimpian is Founder and CEO of the SHE Branch in Cluj-Napoca in Romania. Hi Marius. Hey Henry, hello everyone. Really nice to see you here. Kurz noch zur SHE, 1987 gegründet, Software- und Systemhaus, Hauptsitz in Ludwigshafen. Gut 200 Mitarbeiter an vier Standorten, realisiert und konzipiert und betreibt innovative IT-Anwendungen und sichere IT-Infrastrukturen. Mein Name ist Heinrich Seeger, freier Journalist und Medienberater in Hamburg. Ja, Markus Steil, Thorsten Ruf und Marius Kimpian sind in der Praxis mit einer ganzen Reihe von Kunden aufweisen. Genau auf dieser eben schon erwähnten digitalen Transformation Journey, von der die drei berichten werden. Und das läuft letzten Endes natürlich hinaus auf Business-Ziele. Und diese Reise, die hat viel zu tun mit digitalen Fähigkeiten, die sich in einer Organisation vorfinden, mit innovativen Methoden und Konzepten, mit geeigneter Technologie und vor allem ganz viel mit den Menschen, die das umsetzen. Markus, erste Frage an dich. Was hat es denn jetzt auf sich mit dieser Transformation Journey? Ja, Heinrich, Dankeschön. Natürlich ist es heute hier in der Form erstmal eine virtuelle Reise, wie jetzt mehrfach ja schon erwähnt. Besonderes Medium, besondere Situation. Und eine Reise hat einen Startpunkt. In unserem Fall starte ich diese Reise eigentlich immer mit einer Frage. Die würde ich am liebsten eigentlich jetzt gerne Ihnen allen persönlich stellen und mit jedem Einzelnen diskutieren. Wird den Rahmen zum einen sprengen, zum anderen ist das Format, die virtuelle Bühne nicht ganz so dafür geeignet. Deshalb mache ich es uns einfach. Ich stelle die Frage einfach mal mir. Und welche Frage ist das? Ich würde gerne mal überlegen und erstelle mir die Frage, Mensch, was ist denn eigentlich so der Unterschied zwischen der herkömmlichen IT, die wir, und gerade eben war es schon mal genannt worden, seit 20 Jahren und mehr kennen, und der IT, der Digitalisierung, wir nennen es mal so. Digitalisierung ist ein sehr, sehr, sehr weiter Begriff. Aber was ist denn so der Unterschied? Also die herkömmliche IT, diese konventionelle IT. Ich bemühe mal jetzt in unserem kleinen Bild hier für den Start der Reise, ein ganz einfacher Ausdruck, sage ich jetzt mal. Die konventionelle IT, die ist nach innen gerichtet. Was heißt jetzt nach innen gerichtet? Na ja, sie soll eine robuste, verlässliche Basis bieten, wie schon immer. Und häufig, und das ist, hört man auch häufig dann in Gesprächen mit Vertretern der, die CIOs und, ja, sie soll meine Kosten optimieren. Ja, vielleicht Standard liefern, standardisieren ist ein wichtiges Element. Und im Gegensatz dazu bei der Digitalisierung, ja, also ich habe es eben nach innen gerichtet, man kann sich jetzt eins und eins zusammenzählen. Ja, die Digitalisierungs-IT ist nach außen gerichtet. Also nach außen gerichtete IT hat denn was für Ziele. Also sie soll den Umsatz steigern, sie muss Kunden gewinnen und im Prinzip den Marktanteil ausbauen. Ja, sind das aber jetzt Ziele, die in der konventionellen IT schon immer gang und gäbe waren, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind? Und ich komme auch aus diesem Bereich der Standardisierung und alles effizienter. Ich habe mich selten damit konfrontiert gesehen, wie ich den Marktanteil meiner Firma steigere oder wie ich Kunden gewinne. Das sind ein bisschen neuere Ziele für die IT von heute, ja. Und was bedeutet das eigentlich? Naja, die Digitalisierung muss den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Wir haben heute sehr viel gehört von Cloud und auch hier geht es ja im Prinzip darum, wie kriege ich das alles gemanagt auf dieser Reise. Und um es noch leichter zu nennen, ich muss Hilfe meiner Digitalisierungs-IT das Business stärken. Und das Business stärken wäre jetzt in diesem Zusammenhang dann auch der Startpunkt der Reise. Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, wir sind immer noch am Start, aber dann jetzt natürlich die Frage, worauf geht es los? Wohin wird, wohin soll die Reise gehen, Markus? Genau, also ein Startpunkt alleine ergibt ja noch keine Reise und ich weiß, es ist Mittagszeit jetzt. Und ich würde sie jetzt dann tatsächlich mitnehmen auf die kleine Reise. Das ist Business stärken, wie gerade eben schon genannt. Was wollen wir denn? Wir wollen den Marktanteil sichern, ausbauen, die Umsätze steigern und dazu, naja, dazu benötigt es ja irgendwas. Das bringt mich dann zur nächsten Etappe. Wir müssen also uns überlegen, naja, habe ich die Fähigkeiten? Digital Capabilities sind eben unsere digitalen Fähigkeiten, die wir heutzutage brauchen. Das ist Agilität. Wir hatten es heute Morgen in dem einen oder anderen Vortrag kam es auch. Dann bei Linie X wurde es auch gesagt, naja, wir haben Scrum-Teams. Das mag sich anhören wie Commodity, ist es, glaube ich, aber noch immer nicht. oder wichtige, wichtige Grundvoraussetzungen, eben um in der Digital Transformation Journey auf der Straße zu bleiben. Security ist ein wichtiger Aspekt. IoT, viele, viele, viele andere Dinge brauche ich eben da, um meine digitalen Fähigkeiten, um in meinem Business zu stärken mit meinen digitalen Fähigkeiten. Und die sind halt eben nicht immer ganz normal und immer da. Jetzt sind ja Reisen üblicherweise sehr gut durchorganisiert, so auch diese. Es gibt eine Reihe von Methoden und Konzepten, um letzten Endes wirklich zum Ziel zu gelangen, um den Zweck zu erfüllen, wie du ihn eben schon beschrieben hast. Welche Methoden, welche Konzepte sind das, Markus? Ja, richtig. Also es wäre eine kurze Reise, wenn wir jetzt schon am Ziel wären. Wir blicken auf die Fähigkeiten, die wir brauchen, um eben das Business zu stärken. Aber es braucht natürlich auch Methoden oder Prozesse, um diese Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Beispiele sind das Chrome, Kanban, DevOps, DevSecOps. Oder eben Domain-Driven Design. Domain-Driven Design, alleine dafür könnte ich jetzt schon eine ganze Zeit hier weitererzählen. Domain-Driven Design ist eine wunderbare Methode, um, ich sag mal, Hürden abzubauen, die sehr leicht zwischen IT-Fachbereichen entstehen oder sogar zwischen Fachbereichen. Man definiert mit Domain-Driven Design eine gemeinsame Sprache, hat ein gemeinsames Universum. Wunderbare Geschichte. Aber wir wollen heute, und da freue ich mich sehr jetzt auch drauf, auf unserer kleinen Reise schon den ersten Tagesausflug machen. Oder vielleicht machen wir mehrere Tage daraus. Wir haben Marius Kimpean bei uns und ich würde Sie jetzt eben gerade gerne dann spontan bitten, doch mit mir einfach gemeinsam mal schnell nach Rumänien zu reisen und einen kurzen Exkurs mit Marius zu Methoden zu unternehmen. Thank you, Marco. So, we are all living now many, many different changes and different things. And before I go further in this short presentation, I would like to short represent you and talk about Cluj-Napoca. And you will see why Cluj is the real reason why we are successful in this large agile project. And agile projects, it's not the only thing that we are doing here. In the end, there is a transition where all of us, we need to take at one point from the old thing that we are used to do to the next things, which will offer us a better time to market, for example. So, maybe this is one of the first things I would like to discuss and to present you. Why Cluj-Napoca? Well, I am from Cluj-Napoca, so right now I'm sitting in Cluj-Napoca. We even have a German name, which is Klausenburg. I'm sitting right now in the northwestern part of Romania, in Transylvania, actually, in an flourishing economical city where a lot of industries just explode in the past, let's say, 10, 15, 20 years. And out of this, I could mention commercial, financing, banking, industrial, and not in the last, IT, the IT industry. This is why, as Karsten mentioned some minutes ago, Cluj-Napoca is well known as being the Silicon Valley of the Europe. In IT, this is known as being one of the top hotspots, software development center in Europe. With a population around about 350,000. And when the students come, when they are coming, it's almost 100,000 new citizen in the city. So, I think I could compare it with Mannheim, for example. So, it's a really huge university center with a lot of development and a lot of attitude. You'll see a lot of companies coming from all over the world developing their business here in Cluj-Napoca. And for this, I'd like to give you some more facts, some more insights about Cluj-Napoca and why these companies, they choose Cluj-Napoca in order to develop and in order to expand their business capabilities. Marcus, please go next. So, Cluj-Napoca, with the next slide, it's one of the biggest and cultural and university city centers from Romania. Roughly almost 100,000 students a year, they graduate in Cluj-Napoca. There are many, many, in fact, I think it's even hard for me to find a domain which you could not study in Cluj. There are two huge universities and they have three faculties of computer science. And you can offer this in German language, in English language, and a few other languages. So, I think one of the very good reasons which I really like to always mention is that over 1,000 students, they graduate computer science every year. And most of these students, they graduate and they get a company, they start with an internship and they get to be onboarding in different companies from their last year. Also, it's very easy to reach from Germany and from Europe to Cluj-Napoca. With around about one and a half hours, maybe two hours flight from Germany, you can reach to Cluj. For example, in the normal days, you might fly three times a day from Munich to Cluj. There is also a daily flight to Frankfurt-Cluj. You can also reach from Dortmund, Düsseldorf, Köln, Berlin, and many other locations. So, I think this is why the bridge, the connection, it's so short and you can have an extension here in Cluj. Also, what I would like to mention is the culture, especially when it's about IT, IT industry and IT people, it's very often when you realize, and this is what I'm currently talking from from my experience, I see the same culture, almost, to be honest, almost the same culture within the IT people. And I think, and I strongly believe actually, Cluj-Napoca has developed a lot and I hope maybe some of you, you already have experience and you have the chance to travel to Cluj or to meet people and to do your own business in Cluj and I hope, if not, you will be willing to give it a chance to this city. And now... Sorry, didn't want to interrupt you. Yes. With having the place, the great place where you can grow and you can develop your business, this is why we started and we decided to fund the company here in Cluj-Napoca. Marcus, please go ahead with the next slide. And to be honest, in 2007, when we started our own journey with SIA and with our German customer, we realized, okay, there is a lot of potential and this is what we did. At the beginning, we were just an extension for our colleagues from Ludwig Stamfen and we were then growing and growing and finally decided, well, we need to do this in the real world. And in 2012, we decided to found our subsidiary here in Cluj-Napoca and today, this is the fastest growing business department of SIA, having already grown in Cluj-Napoca with more than 60 engineers. So, maybe I could tell you a little bit without going into too much details, how we used to do it in the normal cases. So, with most of our customers, we start our collaboration in a test drive project-based or time and material, because in the end, nearshoring means you need to find the right pattern. And when you find the right pattern, you have to feel, you have to grow up the trust until you can say, okay, now we can go with long-term commitments. And by long-term commitments, I would like to mention that we have a way of doing our and growing our business with our customers, which in the end, they become our partners. And they stand to two years or even longer, three years, four years, we have customers, which they have been running with us for many, many years now. So, I could say we have a process in place. We can start from a pilot test in the time and material. And then once we have the baseline, we can then move in the different, in the right direction. So, maybe some of you, you already had the intention going nearshoring or not, or extending in Germany. In the end, again, from my experience, there are some reasons why our customers, they started to work together with us. In some cases, they came from the legal part. In some cases, they came from the lack of resources and lack of skills. And also, now I like to bridge, and it's always when we talk about nearshoring, I would like to mention, again, the culture. So, it's when you have the right partner, and you have the nearshoring partner, and you have the right culture in place, it's very easy to extend your team and to have this outbranching or dedicated team. What I could say about this, we can do it is basically following some steps where we integrate with our customer and partners process. And you will see that our team will be always trying and giving the best in terms of, in some time, educating our customers, or trying to educate, for example, even right now, customers. Marcus, please go to the next slide where we'll see a short picture with our colleagues. So, we have, right now, we have a customer where we do together a transition from the whole waterfall approach to the agile approach. Yes, it is true. There are still companies which they are still having waterfall in the inside, because it took in some time, many, many years to switch, to really switch into the more agile development. And in the end, this is part of the digitalization process. And about your team and the cultural fit, can you give us some examples of customers, some examples for customers whom your teams are working for and which this cultural fit is tested and actually applied? Yes, sure. So, we started with most of our customers, they are from Germany. We also have customers from Switzerland and other regions, other countries, even from the US. For example, Solarloops, we started with Solarloops three years ago. And we started in a pilot test, in a short test pilot. And then short after that, Solarloops decided, okay, we would like to have a dedicated team. And this is what we did in the end, we built up a dedicated team. And we have been working together with Solarloops engineers, building up their microservices approach. And by doing this, for example, the CEO of Solarloops, Michael Behrens, he was nominated as being top CEO of the year in Germany. And also, what I would like to say, we have customers where we work together with the engineers from their side. We also have customers where we work together with our colleagues from Ludwigshafen, because, and this is one important aspect I would like to address, in some cases, our customers, they prefer to have a local, a German partnership. And also, this is completely possible. We work with with our mother company in Germany. It's everything based on the German legal base. And then we also deliver from Cluj together with our coach from Germany. It's just a matter of the right matching for the customer. In the end, there is no perfect situation. There is no standard. We have a custom rule and we apply custom rules for each individual customer. And also, we have customers where we do time and material projects and from different domain. We also have customers from the retail, from constructions. Markus, if you go please to the next slide. And then we will see a different approach where we also work in cloud with different technologies. So, from this perspective, what we do is we extend our customer capabilities of delivering and we have them to deliver and to serve again their customers. And based on the latest experience, it proved that remote work and home office can work. And in the end, it's all distributed. So, in a very short term, this is something that I would like to cover. Of course, I will be really happy to give you much more details. How do we set up these teams? How do we do the ramp up, the setup? In most of the cases, when we start such projects, we go on the customer side, maybe for one, two weeks. We do all the setup. We get the people. Because in the end, we need to build up these virtual teams. To be honest, it takes some communication. And depending on the team size, if it's two people or if it's five, if it's six, then we have a new role which we would like to put in place. And we really go with the responsibilities of the entire team. In the end, as I mentioned, it's a construction where we participate with Kluge colleagues, with customer engineers, and with our colleagues from Luby Safran, with the different roles. It might be engineers, it might be development by using different technology stacks. It might be architects, it might be consultants, it might be proxy product owners, which in the end will give a lot of freedom to some of the key persons on the customer side. And then they could do their core business. While our proxy product owner, they will prepare the backlog and they will take care of the the screens. Okay. When you get in touch with potential new customers, I can imagine that one of the questions asked most often to you is how this agile work can work over remote locations, over these big distances. And this is what strikes me as astonishing, this most amazing. Thank you for this insight. And well, you know from the examples which you mentioned that it works. And now we speak German, Marcus. Methoden, that Marius has presented and said a lot of things, how and where they are designed. Now it would be interesting to hear a few examples, which building blocks, can you say, which building blocks of digitalization am Ende dabei herauskommen und woraus diese einzelnen building blocks bestehen, Marcus? Yeah, genau. Thanks a lot, Mario. It's always a pleasure. Die Methoden und wie du schon sagst, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern es geht eben darum, dass wir jetzt um die Umsetzung, über die Umsetzung reden. Und die Umsetzung sind digitale Baustände. Wir sprechen von Digitalisierung, wir nennen die jetzt digitale Baustände, Digital Building Blocks. Und was ist das? Das sind zum Beispiel eine Conversional AI oder Interface. Es sind die Chatbots von heute. Es sind in den Cloud-Lösungen, die wir heute uns anhören und die Cloud-Spezialisten wissen, wie schwierig teilweise dann die Integrationen sind. Viele verschiedene Bausteine. Und diese Bausteine, um jetzt dann weiterzureisen, bedienen sich natürlich verschiedenster Technologien. Und all das auf dieser kleinen Reise machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern wie ich schon gesagt habe, damit Ihr Kunde im Endeffekt nachher ein positives Erlebnis hat. Also die CX, die Customer Experience, die digitale Kundenerfahrung steht im Prinzip absolut im Mittelpunkt von unserer Reise. Und gut, wir nennen das Ganze dann bei uns CX-Kit, also im Prinzip wie ein Medical Kit, wenn Sie so wollen, oder eine Toolbox, die Ihnen helfen soll, eben auch verschiedene Komplexitäten zu beherrschen. Und im Endeffekt ist damit die Reise dann auch für heute erstmal so beendet. Die Reise ist schon durch. An Kundenerlebnis orientiert. Thorsten, dann kommst du jetzt zu Wort. Ich habe eine spezielle Frage, wie das nämlich in der Praxis aussieht. Also es gibt einige Beispiele von Cookie-Konzern, hatten wir schon was gehört. Könntest du uns zum Beispiel dieses Anwendungsbeispiel des Cookie-Konzern erläutern erstmal? Ja klar, natürlich. Danke, Heinrich. Genau, ich habe als Praxisbeispiel den Cookie-Konzern gewählt. Ganz besonders, weil ich denke, dass sicher alle Teilnehmer auch hier und da schon mal in Berührung gekommen sind mit einem Cookie-Konzern. Zumindest in irgendeiner Ausprägung auf irgendeiner Webseite. Man trifft sie ja doch recht häufig an in letzter Zeit. Auch natürlich aufgrund des BGH-Urteils, dass im Mai auch nochmal die Notwendigkeit wirklich unterstrichen hat, wie wichtig so ein Cookie-Konzern ist. Keine Sorge, ich gehe jetzt aber nicht auf die rechtliche Lage hier ein, sondern wir werden uns jetzt wirklich nur auf die reinen Aspekte des CX-Kids konzentrieren. Steigen wir doch einfach mal direkt ein mit so einer typischen Anfrage, die so an uns herangetragen wird. Zum einen, brauchen wir denn überhaupt so ein Cookie-Konzern für unsere Webseite? Vorab, die Antwort ist meist ja. Und welche Lösungen gibt es denn am Markt und was kostet uns das? Ganz logische Frage. Die erste spontane Reaktion, um jetzt wirklich schnell an das Ziel zu kommen, ist dann meist, dass man wirklich am Markt alle Lösungen evaluiert. Man schaut sich alles an, prüft natürlich die Kosten und selbstverständlich muss das Tool auch noch in den Technologie-Stack passen. Packen wir dann noch eine agile Methodik drauf, wären wir eigentlich schon fertig und könnten direkt losstarten. Aber sind wir uns denn wirklich sicher, dass wir auch alle Informationen hier beleuchtet haben, alle Aspekte beleuchtet haben? Mit Sicherheit nicht. An dieser Stelle sollten wir nämlich zuerst nochmal prüfen, ob wir wirklich alle Aspekte der Anforderungen auch beleuchtet haben. Am besten nehmen wir dazu dann unseren CX-Kit, den wir eben schon gesehen haben und schauen einfach mal, was wir denn schon wissen und tragen das einfach ein. So, man kann hier schon sehr schön sehen, dass wir nur sehr wenig überlegt haben, wie eigentlich der Cookie-Content unser Business stärkt. Ja, warum brauchen wir also einen Cookie-Content? Nun, zum einen machen wir das natürlich, man sieht es ja schon, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Im CX-Kit tragen wir das etwas allgemeiner immer als Compliance ein. Jetzt haben wir aber auch viel wichtiger von Markus vorhin gehört, wir sollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Also bedeutet das für uns, wir müssen ja aus der Kundenperspektive denken. Okay, dann tun wir das und fragen uns jetzt einfach, was hat denn der Kunde von einem Cookie-Content, wo er doch meist eher als störend empfunden wird. Nun, auf der anderen Seite ist das Einholen eines Consents auch ein Vertrauensthema. Das heißt, wir fragen den Kunden oder wir bitten ihn um Erlaubnis, einen Cookie setzen zu dürfen. Das zeigt natürlich auch, wir nehmen das Thema Datenschutz ernst. Also er kann uns vertrauen und somit stärken wir also auch die Kundenbindung. Wenn wir jetzt mit dieser Perspektive, die wir schon Richtung Kunden eingenommen haben, wenn wir mit der weiter Richtung CX-Kit schauen, dann fallen uns auch noch weitere Ergänzungen ein. Was ist denn eigentlich, wenn der Benutzer einem Cookie-Content nicht zustimmt? Also er klickt, nein, ich möchte keine Cookies. Welche Auswirkungen hat das dann auf das Reporting oder auf existierende KPIs? Es ist nämlich auf einmal dann nicht mehr möglich zu ermitteln, wie viele Besucher die nun tatsächlich auf der Webseite waren. Eigentlich eine Katastrophe. Um das wieder zu ermöglichen, brauchen wir dann noch einen weiteren digitalen Baustein. In unserem Fall, in dem Beispiel, nehmen wir das Produkt Matomo. Damit sind wir dann wieder in der Lage, ohne den Einsatz von Cookies, rein serverseitig Benutzer-Sessions zu identifizieren. Und so können wir dann wirklich viele der KPIs aus den Daten, dieses Mal DSGVO-konform, dann auch auswerten. So weit, so gut. Wir müssen aber auch noch weiter dafür sorgen, dass wir die Akzeptanz des Benutzers gegenüber dem Cookie-Content auch steigern. Also, dass wir möglichst viele Klicks haben auf, ja, Cookies erlauben. Dafür müssen wir uns dann weiterer Bausteine aus dem CX-Kit bedienen. Wie zum Beispiel die Mehrsprachigkeit. Damit wir den Benutzer möglichst in seiner Sprache eben ansprechen können. Oder, ganz wichtig, AB-Testing. Damit wir wirklich ausprobieren können, welches Wording oder Layout dazu führt, dass der Benutzer möglichst alle Cookies auf der Webseite auch akzeptiert. Es gibt natürlich noch viele weitere Bausteine, die hier jetzt Sinn machen würden. Wie, nehmen wir mal einen Proof of Concept aus dem Blog Methoden oder unseren Permanent Innovation Cycle. Viele Wege führen hier nach Rom, aber ich glaube, die grundlegende Vorgehens, beziehungsweise die Denkweise ist jetzt klar geworden. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Und häufig sind es wirklich die kleinen Perspektivenwechsel, die am Ende dann wirklich einen großen Einfluss auf das Ergebnis dann haben können. Der Permanent Innovation Cycle, Dorsten, kannst du das noch erläutern? Hört sich, ich glaube, ich verstehe, was damit gemeint ist, aber sicher zu gehen. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist doch, glaube ich, ganz hilfreich. Ja, klar. Der Permanent Innovation Cycle ist eigentlich ein Konzept von uns, von der SAE, das wir bei wirklich sehr vielen Kunden einführen. Das Prinzip dahinter kann man vielleicht vereinfacht erklären als feste Vorgehensweise. Es fängt an wirklich von einem Brainstorming, also dass wir gemeinsam überlegen, was ist überhaupt innovativ in der entsprechenden Branche. Geht bis über die Entwicklung, bis hin wieder zum Betrieb oder Betrieb der Innovation oder beziehungsweise der Applikation. Und ganz wichtig ist, damit nach dem Betrieb eben dann kein Stillstand eintritt, sorgt der Permanent Innovation Cycle dann dafür, dass wir uns dann wieder Gedanken machen über Verbesserungen oder eventuell sogar über die nächste Innovation. Ist das eine Sache, die jeder von euch bestellen muss oder geht ihr damit sowieso an jedes Projekt ran? Also wir können im Vorfeld darüber reden, aber in der Regel ist es etwas, was sich ganz natürlich ergibt und was wir dann gemeinsam etablieren dann mit dem Kunden. Okay. Wie gesagt, ohne Innovation Cycle können wir auch machen. Also das wäre dann eine Vorgehensweise, die ihr nicht empfehlt. Genau. Ja, es ist mittlerweile recht etabliert. Ich habe es unterbrochen. Zusammengefasst kann man vielleicht noch sagen, dass der Permanent Innovation Cycle eine schnelle Realisierung und eine permanente Weiterentwicklung sicherstellt. Damit ist es, glaube ich, auch ganz rund beschrieben. Und welcher Kunde möchte das denn nicht? Es kamen wir eben vom Cookie-Consent. Das ist die Pflicht, kann man sagen. DSGVO-mäßig kommt man daran überhaupt nicht vorbei. Die Kür wäre dann eher so ein, ja, hoffentlich attraktives oder wahrscheinlich attraktiv gestaltetes Werkzeug der Kundenansprache, zum Beispiel ein Chatbot. Da habt ihr auch noch was im Bett gehört. Ja, ganz genau. Der Chatbot ist mein zweites Beispiel. Unser Chatbot heißt in unserem Beispiel Janina. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht unser Chatbot, sondern der von Janitos. Und falls jetzt jemand Janitos nicht kennt, Janitos ist ein Versicherer aus Heidelberg, den wir schon seit der Gründung bis heute partnerschaftlich begleiten dürfen. Und gemeinsam haben wir bereits einige Projekte umgesetzt. Und eines davon ist eben die Janina, die wir von der Konzeption bis zu dem fertigen Produkt in wirklich sehr kurzer Zeit auch umgesetzt haben. Janina kann aber in Anbetracht der kurzen Realisierungszeit dafür schon wirklich eine ganze Menge. Also zum Beispiel kann sie Fragen zum Ablauf einer Schaden- oder Leistungsfallmeldung beantworten. Sie kann Informationen über Versicherungsprodukte ausgeben. Und das Ganze geht dann bis hin zu einer Tarifberechnung für eine Haftpflichtversicherung. Natürlich kann sie noch einiges mehr. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ich glaube, jeden, den sie interessiert, einfach Janitos.de. Einfach mal drauf gehen und mal einen kurzen Plausch mit der Janina halten. Ja, aber kommen wir zu der Frage zurück. Wie haben wir das denn eigentlich gemacht? Wir haben gesagt, wir haben es in einer sehr kurzen Zeit realisiert. Wie ging das denn los? Wir packen wieder die Anforderungen, die so üblicherweise an uns herangetragen werden an den Anfang. Die waren jetzt in dem Fall, wir möchten eben näher am Kunden sein. Oder wir möchten ein modernes Look and Feel und wir möchten als innovatives Image-Unternehmen wahrgenommen werden. Der nächste Schritt war dann ein gemeinsamer Workshop, in dem wir dann alle Ziele herausgearbeitet haben. Und neben dem innovativen Image haben wir uns dann auch gefragt, was es denn in der Versicherungsbranche bedeutet, näher am Kunden zu sein. Also wir mussten uns hier wirklich in die Lage des Kunden versetzen. Die Ziele, die waren dann recht schnell ausgearbeitet. Nämlich, dass der Kunde einfacher und schneller relevante Informationen finden soll. Was manchmal nicht eben über die Navigationsstruktur von der Webseite so einfach möglich ist. Und es soll auch durch das Service Management schneller bedient werden können. Damit ist dann gemeint, dass Janina viele allgemeine Fragen schon direkt beantwortet und somit keine Anfragen mehr an das Service Management mehr gestellt wird. Also werden dadurch dann die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Service Management dann entlastet. Tragen wir das doch alles einfach mal in unserem CX-Kit ein und schauen uns das an. Wir sehen übrigens hier auch, gerade im Gegensatz zu unserem Cookie-Consent, wo wir über den digitalen Baustein eingestiegen sind. Also praktisch die Anfrage über ein konkretes Produkt, dass wir dieses Mal über das Business kommen. Wir sind also schon ein Ziel bei Business stärken. Aber auch das ist kein Problem für unseren CX-Kit. Schauen wir uns doch jetzt einfach mal an, welche Kompetenzen beziehungsweise Fähigkeiten und Technologien wir denn noch so benötigen. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall wieder agil unterwegs. Nur dieses Mal mit Kanban. Wir nutzen auf jeden Fall DevOps, damit wir schneller Releases und Deployments ermöglichen. Und wir nutzen hier ebenfalls wieder, Heinrich, unseren Permanent Innovation Cycle. Übrigens ist die Janina auch noch ein schönes Beispiel, was wir schon alles mit unseren Kollegen aus Cluj auf die Beine gestellt haben. Zum einen waren sie an der Entwicklung beteiligt und zum anderen auch, um den sicheren Betrieb von Janina zu gewährleisten. Ja, dann vielleicht noch ein paar Worte zur Architektur und den eingesetzten Technologien. Die sind sicherlich ebenfalls noch sehr spannend. Unsere Janina besteht aus den folgenden digitalen Bausteinen. Zum einen ganz logisch Chatbot, zum anderen aber aus dem Baustein Conversational Interface. Wir nutzen hier Google Dialogflow, um Conversational Interface zu erstellen, auf das Janina dann aufsetzt. Wir kombinieren das alles dann mit verschiedenen Microservices, die Java und Node.js dann geschrieben sind. Gerade eben für die Berechnung der Versicherungstarife. Und das alles im Gesamtbild ergibt dann unsere Janina. Es wäre natürlich auch möglich, Janina per Alexa, Facebook Messenger oder WhatsApp zugänglich zu machen, um den potenziellen Nutzerkreis noch zu erweitern. Auch die Möglichkeiten können wir dann im CX-Kit erfassen, sodass wir dann am Ende so einen 360-Grad-Blick auf alle relevanten Themen haben. Auch wenn wir diese vielleicht nicht im ersten Schritt sofort umsetzen. Wir haben es dann zumindest auf unserer Roadmap. Soviel zum Chatbot. Dankeschön, Thorsten. Markus, Thorsten, an euch beide jetzt die Frage. Wir haben Methoden, Konzepte, Technologien, Anwendungsbeispiele jetzt präsentiert bekommen von euch. So in a nutshell. Was kann man denn aus diesem Vortrag an Botschaften von euch beiden? Nein, letzten Endes von euch dreien. Entschuldigung, Maurice, I didn't want to forget you, didn't mean to forget you. Welche Botschaft? Thorsten, ich fange an kurz. Ja, sehr gerne. Also ich glaube das Wichtigste und das war ja eingangs meine Hauptmessage ist, dass man ihren Kunden, dass sie ihren Kunden in den Mittelpunkt stellen muss und ihn vor allen Dingen von Anfang an so früh wie möglich eben auch mitnehmen muss. Also den Kunden in den Mittelpunkt stellen und mitnehmen. Von meiner Seite, wenn ich da direkt anschließen darf, würde ich sagen, das Thema Digitalisierung ist sehr komplex und unser CX-Kit, der hilft uns eigentlich dabei, genau diese Komplexität eben sichtbar zu machen, aber auch dadurch managebar. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.